Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Super Smash Bros. für Wii U. Also, die Leute, die das überhaupt nicht kennen, und das wird mega unübersichtlich aussehen. Scheiße, auch noch gekriegt, ey. Ja! Hat er jetzt ein Becken? Achso, hat er eigentlich. Ne, das war ja ich. Scheiße. Oh nein, ich hab jetzt Hetzgekillt. Aua. Oh Gott, er hat mich durch! Oh Mann, da spring ich doch! Aaaaaaah! Scheiße! Ja, Feder, das war wohl nix, das war wohl nix. Das ist doch nur pures Bugsmash-Smashing gerade, ey. Natürlich, das ist Super Smash Bros. Das ist, der Untertitel ist Button Smashing 3000. Die macht überhaupt nichts. Bomb, Junge, das hat's gesessen! Alter, was war das denn? Ja, das war die Power-Attacke von Donkey Kong. Hihi. Nein! 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 Uah! Weg da, Hadi, das kriegst du nicht. Nein! Geht aber noch! Nein, das ist meins! Hopp! So, jetzt rein! Der hat er geflogen! Und den Hammer hat er auch noch! Oh nein! Und den Hammer hat er auch noch! Das ist Peter! Alter, im Ernst? Boah, Feder, ganz ehrlich, du gehst mir so hart auf den Keks damit, du kleiner Mono-Skill-User, ey! Wow! Hast du mich weggeknallt, ey! Oh, was passiert da gerade? Oh Gott, was passiert da gerade? Nicht auf mich gehen! Du bist so ne Hure, ey! Was war das? Weiß ich nicht! Wie der immer mit Wasser ankocht, dir? Du bist so ein Stück Scheiße! Boah! Hast du den Geo weggeknallt? Ah! Wir sind beide rausgeflogen hintereinander! Alter, Peter, ne? Oh, Ganondorf hat nur noch ein Leben! Das ist nicht so gut, jetzt muss man ein bisschen defensiv gehen, Adi! Alter, wieder die ganze Zeit! Der macht nix anderes! Zack! Oh, aber Peter! Guck mal, wie er echt total defensiv wird! Ja, muss ich ja! Nur noch ein Leben, Alter! Zack! Der geht da! Nein, er lebt noch! Ah, der hat sich weggemacht, wie nice! Boah, Junge! Boah, Peter, ey, du gehst mir so hart auf den Pisch, Alter! Ich weiß gar nicht so hundertprozentig, was ich hier gerade mache, aber irgendwas funktioniert, glaube ich! Alter, was zum Fick, ey! Nein! Oh Gott, jetzt kriegt Peter das Ding auch noch! Was kann er denn? Jawohl! Oh, Alter, das ist wieder Bowser, wieder Bowser! Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Bitches! Was geht dat? Hilfe! Love is a sudden death! Ja, mich witt ihr auch! Einer von euch beiden gewinnt! Crazy! Boah, Bowser gegen jeden Mauer! Alter, ihr müsst euch nur einmal treffen, nur einmal treffen! Jawohl, mein kleines Tier hat gewonnen! Nee, hat's nicht. Machen fertig! Peter, weg mit dir! Das ist ja ein Skandal! Was ist denn das jetzt? Jut, ich hab verloren, oder was? Zweimal war der draußen! Was ist Bullshit? Ich hab gewettet, du geile Sau! Was ist Bullshit? Ja, weißt du? Zelda hat echt die Reichweite von Hardys Pimmel! Ja, aber meiner ist ja auch mega langsam! Ich muss das halt vollzahlen! Ja, ich weiß, dass der mega langsam ist und alles scheiße! Oh oh, das ist jetzt scheiße! JOL! Was ist das? Ey, what the fuck? Wer läuft ja davor? Wer läuft ja davor? Ich dachte, ich kann ihn nehmen von hinten! Was ist denn da passiert? Das geht aber so nicht, Peter! Hier doch mal, fliegt doch mal raus jetzt! Nein, ich bin Peach! Man schlägt keine Frauen! Doch! Alter, pick dich! Komm rein! Komm hier, friss meinen Feenstaub! Peter, was soll das denn? Friss meinen Feenstaub! Alter! Verhinderte Prinzessin, ey! Da oben! Peter, Peter, Peter! Oh, what the fuck! Ich weiß nicht! Ich krieg's auch nicht! Du Hure! Wie, wie kann ich denn jetzt von hier aus den Typen dahin angreifen mit dem Vieh? Ja, das... Alter! Wie der scheiß Köter! Was ist das jetzt? Ich seh nichts! Ich auch nicht! Wer soll weggehen? Wie lange bleibt der denn? Ich hab keine Ahnung, man! Wie geil ist das denn jetzt gewesen? Okay, das war unerwartet! Gib ihn mir! Nein! 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 Ihr geile Bitches! Ja, braun, komm her! Leut! Du bist schon weg! Jetzt hab ich ihn wieder! Leut! Was spring ich denn in den Fickhammer? Alter, ohne Spaß! Komm her! Fick deine Nummer! Jawoll! Du bist geladen, Peter, ey! Alter! Hälter bitte kurz auf den Fick! Wow! Shit! Wie hab ich das gemacht? Das will ich nochmal machen! Jawoll! Jawoll! Das war weggekickt! Was? Nein! 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 Wie geil! 2 und! Jetzt gibt's weg! Für jeden! Scheiße! Ich hab zwei! Jawoll! 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 Alter, was war das denn? Hey! It's me! Okay, das war ganz schön Scheiße! Okay, das war ziemlich krass! Die GTX 970 ist doch besser alt! Wollt ihr mich alle verarschen? Alter! Alter! Wollt ihr mich? Was geht denn jetzt hier ab? King DDD Party oder was? Das ist aber nicht cool! Ich find das geil! Ich find das geil, dass ihr auch DDD ausgewählt habt! Alter! Ich will nicht in den Kampf! Ich hab irgendwie Schiss! Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht gleich wieder... Alter! Sag mal! Du bist! Oh shit! Da hab ich dich weggeknallt, Alter! Oh shit! Man, ich glaub ich darf gleich schön zugucken hier! Ich glaube der Sieger ist King DDD, kann ich schon mal sagen! Mit meinem einen Nehmen-Dich-Norfen, Alter! Ah! Was ist denn? Was ist denn? So ne Inaktivitäts-Rakete oder so? Alter! Ist mir auch weggelullert! Was hast du denn? Oh die Rakete! Was ist denn das für eine Rakete? Warte! Ich hab keine Rakete gesehen! Moment! Wir müssen kurz hier oben stimmen bleiben! Ich hab keine Rakete gesehen! Oh Gott! Sie kommt ja wieder! Oh mein Gott! Ich singe! Oh mein Gott! Ich singe! So jetzt! Irgendwas muss das Vieh können! Oh mein Gott! Alter! Das wird voll riesig! Was passiert hier?! Alter! Wendore! Ach der schubst dich dann von der Karte? Wow! Really?! Das ist natürlich auf der Map hier nicht so praktisch! Also! Pummelov ist das behindertste Wesen, was es gibt auf dieser Erde! Habe ich euch platt gemacht, Junge! Doktor Kawashima! Was? Bewerf ihm die Zahlen! Lol! Lol! Das kenn ich ja noch gar nicht! Sechs plus zwei gleich acht! Vier plus drei gleich sieben! Jawohl! Nein, wenn der den Hammer kriegt! Nein! Dr. Dr. Kawashima ist ganz schön geil! Jawohl! Der springt doch nicht auf den, wenn der den Hammer hat! Ja man! Ist doch Hammer! Oh nein! Ich will hier nicht! Nein! Du musst mal eben kurz hier nach oben! Jay is wounded! Peter ich muss... Ne, ne warte mal eben! Warte mal Peter! Ne Peter! Ok, hier muss man essen! So! Oh! Ich hab Chili gegessen! Es ist scharf! Es ist so scharf! Es ist so scharf! Nein, jetzt hau ihn weg! Oh! 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 Das war super! Das war zu schnellen Meter! Oh mein Gott! Geh nach oben! Sepp! Ja! Nein! Oh! Oh! Jawohl! Ja! Oh! Wie! Shit! Jawohl! Na ja, so geil! Ja, so geil! So geil! So geil! Peter du kannst das gar nicht bewerten! Du siehst das hier gar nicht! Wie geil ich gerade bin! Da kommt der Kabe! Boah! Ich seh mich nicht mehr! Ich bin drauf gegangen! Wow! Alter, ich glaub alles ist außer mir so draufgegangen! Boah Peter ey! Weißt du das... Ja komm! Fick dich einfach! Mega awesome! Boah! Dieser Meta Knight ey! Legt mich doch... Guck mal! Wir waren alle drin! Ok Peter! Jetzt ist one on one mit letzten live! Jetzt geht's los hier! Alter! Boah! Peter verteilt gerade! Peter verteilt gerade! Nicht mit... Nicht mit America Mario, Junge! Hahaha! Scheiße! Oh nein! Oh nein! Oh shit! Peter! Oh! Alter! Oh! Oh! Scheiß Krabbe, Alter! Boah! Wie der mir gibt ey! Nein! Damit hab ich nicht gerechnet! Nein! Jetzt wirklich dich... Ja! Ja! Das kann doch nicht wahr sein ey! Boah! Da krieg ich doch die Kretze bei! Boah! Wuuuuh! Hahaha! Patriotismus hat mal wieder gesiegt, Junge! ZACK! Neul! Schießt es doch ab! Wie kann denn das denn ab... Oh! Schießt er das nicht ab? Nein! Hau ne weg! Hau ne weg! Die Autos kommen jetzt wieder! Vorsicht! Boah! Das ist echt Kampf der Obernoobs! MARCUS Jetzt kriegst du mal die Keule der Unendlichkeitsschwürden ey! G mooi Jetzt gib ihm! ZACK! Täick! Jetzt haut euch noch mal auf die Flacher! Ich bin drin da! Ich bin in Führung! Oh Jay, oh Jay, das ist keine gute Idee. Oh nein. Jetzt, jetzt gibt's Tote. Nein! Nein! Boah, Bram, jetzt hau den weg, ey, mein Gott! BAM! Nein! Nein! Oh shit! Boah, war das ein Noob-Battle, ey, leck mich doch am Arsch. Ja Jay, lass es! Boah, dieses... Oh Gott, what the fuck! Was ist denn das? Alter, das Wasser hat mich volle Pulle gekillt, ey, was zum Fick. Jetzt mach einen Abflug! Hilf mir doch, du scheiß Vieh! Nein! Komm schon. Wow, Double Kill! Nee! Nee! Ich lebe beide noch, what the fuck! Ja! Nein! Geiler Scheiß! Boah, da kommt die Attacke von dem natürlich nicht gegen an, ey. Jawohl! Dratini! Los, töte es! Töte es! Ach, Dratini, du scheiß Vieh! Mach doch mal was! Das ist kein Dratini, das ist ein Schwalbini! Das ist ein Dratini! Das ist ein Schwalbini! Ja, das ist auch kein Schwalbini! Natürlich ist das ein Schwalbini! Dratiri! Das ist kein Dratiri, Mann! Das ist kein Schwalbini! Natürlich ist das ein Schwalbini! Niemals ist das ein Schwalbini! Ich google mal kurz. Das war definitiv... Dratini! Fick dich! So, gewonnen! Dratini ist die... Dratiri! Dratiri! Es gibt kein Dratiri! Dratiri ist immer noch das Drachen-Pokémon! Das heißt Schwalbini, Mann! Ich spiel die Edition gerade, du Ficker! Das ist nicht Schwalbini! Schwalbini ist das aber auch nicht! Sag ich doch! Das ist ein kleiner rumhüpfender Vogel! Nein, Schwalbini ist kein kleiner rumhüpfender Vogel! Schwalbini ist ne Taube! Also ne Schwalbe halt! Irgendwie sowas! In schwarz! Ja, mein ich ja! Ich mein das andere Vieh da! Aha! Das andere Vieh, ne? Wie sieht Schwalbini aus? Ich muss auch mal kurz... Das ist... 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 Das ist ein Dratini! Das ist kein Dratini! Das ist kein Dratini! Das ist auch kein Dratini! Hab ich auch nichtmals gesagt! Aber das ist auch kein Dratini! Doch, hast du wohl gesagt! Ja, da hab ich mich versprochen! Ich meinte Dratini! Ach komm, ihr leckt mich doch! Nächstes Match, ihr leckste... Lecker, ey! Fickt euch doch alle! Na, ihr seid nur Spasten! Na, ihr seid nur Spasten! Zelda! Dieser Brands-Lieft-Lieft-Charakter hab ich gehört! Aua! Ey komm, hier muss ich mich ja wohl wohl fühlen als Jurat! Alter! Wie schlecht ist die eigentlich, die Hure? Alter! Oh, ihr kleinen Lutschers! NEEIN! Nicht jetzt, wo ich das Ding hab! JAWOL! NEEIN! Oh, ich dachte, der kommt an die Kante dran! Scheiße, ich hab mich auch getötet! NEEIN! 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 NEEIN!